Viele Menschen leiden im Sommer unter einer Sonnenallergie. Die Haut ist gerötet und juckt unangenehm. Betroffen sind meist Hals, Dekolleté, Arme, Handrücken, Beine sowie das Gesicht. Die Ursachen für die Entstehung sind dabei nach wie vor ungeklärt. Wir verraten euch, wie ihr den Urlaub trotz sensibler Haut genießen und eine Sonnenallergie verhindern könnt. 1. Haut an die Sonne gewöhnen Wer schon weiß, dass seine Haut auf Sonneneinstrahlung empfindlich reagiert, sollte sie langsam ans Sonnenlicht gewöhnen. Verzichtet dabei jedoch niemals auf ausreichend Sonnenschutz. 2. Ölfreie Sonnencreme Auch die Wahl der Sonnenschutzcreme spielt eine wichtige Rolle. Allergische Reaktionen können nämlich auch mit dem falschen Produkt zusammenhängen. Wählt also vorbeugend eine ölfreie Sonnencreme. 3. Die richtige Kleidung Sogenannte UV-Schutzkleidung kann den Sonnenschutz durch die spezielle Webart und Beschichtung erhöhen. Ebenso schützt ein Sonnenhut Gesicht und teilweise auch den Oberkörper vor der Sonne. 2. Die Schwestern 2. Die Möden